Let's Dance, Stars Erich Klan und Oana Nechiti meldeten sich Ende Oktober verzweifelt auf Instagram. Nun gab es das erste Update seit dem medizinischen Notfall. Seit ihrem Ausstieg bei Let's Dance ist es still um sie geworden. Erich Klan hatte in der vierten Staffel seinen ersten Auftritt in der RTL-Show gehabt. Seine Ehefrau Oana Nechiti war in Staffel 6 zu ihm gestoßen. Sie war von 2013 bis 2018 dabei, ja von 2010 bis 2020. Bereits 2012 hatte das Paar sein erstes gemeinsames Kind bekommen, 2021 kam dann ihr Sohn Liam auf die Welt. Die Familie war auch der Grund für den Ausstieg des Duos. Let's Dance, Stars Erich Klan meldet sich verzweifelt auf Instagram. Seine Mutter ist in Gefahr. Seit längerer Social-Media-Funkstille meldete sich Erich Klan in der Nacht von Sonntag, den 29. Oktober auf Montag, den 30. Oktober plötzlich verzweifelt bei seinen Fans. Ich bitte euch von Herzen meiner Mutter heute beizustehen, schrieb er in seiner Insta-Story. Er bat darum, positive Gedanken oder Impulse an sie zu senden, das sei gerade, lebensnotwendig. Sagt, Ilai Bef Klan, du bist stark und alles wird wieder gut. Die Worte des 36-Jährigen dürften bei seinen Followerinnen und Followern zu großer Sorge geführt haben, denn Klan machte deutlich, dass es um Leben und Tod ging. Auch ein Foto seiner Mutter teilte der Profitänzer. Gedanken sind echt und beeinflussen den Moment, in dem wir sie aussprechen. Bitte helft uns. Einige Stunden später stellte sich heraus, was passiert ist, zumindest in Teilen. Erich Klan bedankte sich, aus tiefstem Herzen, bei seinen Fans für deren Beistand. Meine Mutter hat die OP überstanden. Warum seine Mama operiert werden musste, verriet Erich Klan damals nicht, doch die Nachricht und der Krankenhausaufenthalt mitten in der Nacht deuteten auf einen medizinischen Notfall hin. Oana Nichti teilt Erich Klans Instagram-Beitrag und sagt alle beruflichen Verpflichtungen ab. Er habe nichts unversucht lassen wollen, so Klan weiter. Daher habe er auch auf Instagram um die Hilfe seiner Anhängerinnen und Anhänger gebeten. Ich glaube fest daran, dass man mit Energien Wunder bewirken kann. Auch Ehefrau Oana Nichti teilte vor rund zwei Wochen einen der Beiträge in ihrer Instagram-Story, ergänzte die Worte. Bitte um Verständnis dafür, dass wir gerade Wichtigeres zu tun haben. Alle beruflichen Verpflichtungen können wir aktuell nicht wahrnehmen. Wie es Erich Klans Mutter heute geht, ist nicht bekannt. Doch Oana Nichti meldete sich am Montag, den 13. November 2023 endlich mit einem Update bei den Fans. Guten Morgen alle zusammen, wir waren ein bisschen noch länger nicht mehr online, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Ihr habt wahrscheinlich auch am Rande so mitbekommen, dass wir wirklich große Schwierigkeiten gehabt haben. Wir haben keine einfache Zeit hinter uns, wahrscheinlich auch keine einfache Zeit vor uns. Mehr möchte ich nicht dazu erzählen. Wenn dann überhaupt mehr erzählt wird, dann müsste das dann von Erich kommen, und da bin ich der Meinung. Alles in seinem eigenen Tempo, so die 35-jährige Via-Video-Botschaft aus ihrem Auto. Sie wolle sich für die Unterstützung der Fans bedanken. Ich kann nur sagen, dass wir sehr dankbar sind, dafür, dass ihr uns so unterstützt hat, dass ihr so fürsorglich da wart, und es ist einfach schön zu sehen, dass es Menschen gibt, die einen wirklich versuchen zu stärken und Mut zu geben, und da ein paar schöne Worte finden. Dafür wollte ich mich im Namen von uns beiden Danke sagen und eine herzliche Umarmung an euch senden.